Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und Leute, leider muss ich euch sagen, dass es heute kein Video geben wird. Warum? Die Antwort ist ganz einfach und ich möchte da ganz ehrlich zu euch sein. Ich hatte viele technische Probleme. Irgendwie hat mein Screen Recorder nicht mehr funktioniert. Dann war der Ton schlecht und die Technik hat einen Streich gespielt. Und deswegen wird es heute kein Video geben. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Dafür wird hoffentlich Sonntag wieder ein Video kommen. Bis dahin wünsche ich euch aber noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns dann im nächsten Video, hoffentlich am Sonntag. Bis dann!